Bitte, bitte schreibe eine Rezension für den Authentic German Learning Podcast. Ich habe extra diese Anleitung für dich gemacht, das ist wirklich super, super, super einfach. Hallo, liebe Deutschlernende! Heute zeige ich dir, wie du den Authentic German Learning Podcast abonnieren und rezensieren kannst. Gehe dazu einfach auf meine Webseite authenticgermanlearning.com und klicke auf Podcast im Menü. Du hast dieses Menü auch auf dem Handy und kannst dort auch auf Podcast klicken. Manchmal übersieht man dieses Menü leicht, aber es ist auch auf dem Handy da. So, und es gibt alle Seiten auch auf Englisch. Also, hier ist die Seite auf Deutsch und hier ist eine Schaltfläche Show English Translation und dann kannst du die englische Übersetzung sehen. Und die URL hierfür ist übrigens authenticgermanlearning.com-listen, falls du direkt auf diese Webseite kommen möchtest. Also, hier sind ein paar Links, wie du den Podcast abonnieren kannst. Hier ist zum Beispiel ein Link für iTunes und wir öffnen die iTunes-Seite und hier können wir auf View in iTunes klicken und wir sehen dieses Fenster. Möchten sie iTunes starten, um diesen Link zu öffnen, ja? Und dann sagst du einfach auf Zulassen und dann öffnet sich iTunes, wenn du iTunes installiert hast. Oder du klickst hier und dann hast du den RSS-Feed und das ist etwas technisch, aber diesen Feed kann man benutzen, um den Podcast bei vielen Webseiten und bei vielen Softwareprodukten zu abonnieren, ja? Also, mit diesem Feed abonniert man den Podcast, wenn man weiß, wie. Oder, das ist der beste Tipp, suche einfach nach Authentic German Learning im iTunes Store oder deiner Lieblings-App und klicke auf Abonnieren. Also, angenommen, ich habe iTunes nicht, dann sage ich einfach iTunes, Download, bumm, ja? Dann klicke ich hier, iTunes, Download, ja? Und man kann ganz einfach iTunes sicher runterladen, ja? Ich möchte keine E-Mails, aber ich kann auch so oder so sagen, asdf.com. So, und dann kann ich sagen auf Download Now und dann bekomme ich auch keine nervigen E-Mails und ich lade mir diese Excel runter und führe sie aus, ja? Also, ganz einfach iTunes zu installieren auf dem PC. Auf dem Handy benutzt du einfach die Podcast-App, wenn du ein iPhone hast oder eine beliebige App, wenn du ein Android-Handy hast. So, und so abonniert man den Podcast, ja? Ich zeige dir auch nochmal auf iTunes, ja? Suche einfach nach Authentic German Learning, bumm, und du siehst Authentic German Learning auch gleich hier in iTunes. Und hier gibt es einmal eine Spalte Podcasts und eine Spalte Folgen. Und gerade auf dem Handy ist es wichtig, dass du auf Podcast klickst, ja? Hier sind nur einzelne Folgen, aber du klickst auf Podcast. So, und du solltest eigentlich in jeder Podcast-App den Podcast finden, indem du einfach nach Authentic German Learning suchst. Und dann klickst du hier auf Abonnieren und schon hast du den Podcast abonniert, ja? So machst du das in iTunes. Und wenn du den Podcast jetzt bewerten möchtest in iTunes, dann klickst du einfach auf Bewertungen und Rezensionen und klickst hier auf eine Rezension schreiben, ja? Ich zeige dir auch, wie du das mit anderen Apps machen kannst, ja? Und zwar, du bist hier auf der Seite, ja? Auf dieser Seite, The Authentic German Learning Podcast ist hier. So, und dann scrollst du runter. Und dann hast du hier eine weitere Schaltfläche. How to write a review. Okay. Und bitte, 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 schreibe eine Rezension, okay? Bitte, bitte schreibe eine Rezension für den Authentic German Learning Podcast. Das wird mir sehr helfen, ja? Please help the AGL Podcast get to the top. Ja, also wirklich. Wir werden an die Spitze kommen mit deiner Hilfe. Und wenn du das nicht auf Englisch lesen möchtest, wie gesagt, hier ist immer eine Schaltfläche, diese Seite auf Deutsch, ja? Und schon wechselst du die Sprache und du hast die ganze Webseite auch auf Deutsch. So, und welches Gerät benutzen wir? Nun, zum Beispiel das iPhone. Das iPhone ist, es ist ein bisschen schwer, die Rezension mit dem iPhone zu machen, aber dieser freundliche Mensch hier hat es alles erklärt, ja? Und du schaust dir einfach dieses Video an und schon weißt du, wie du in der Podcast-App mit dem iPhone den Podcast rezensieren kannst. Und ich habe hier auch alle Schritte aufgelistet und hier ist auch eine Anleitung, wie du es mit vorherigen Versionen machen kannst, aber mit aller Wahrscheinlichkeit hast du iOS 11 oder höher. Und mit dem Desktop-Computer habe ich dir gezeigt, ja? Und hier ist ein sehr nützlicher Trick, ja? Falls du keine Apple-ID hast, dann ist hier ein nützlicher Trick, ja? Und zwar steht auf der Seite, wie du eine Apple-ID kreieren kannst, ohne deine Kreditkarte anzugeben, ja? Und hier ist es kurz erklärt, ja? Wenn du nicht eingeloggt bist und du eine kostenlose App downloaden möchtest, dann kannst du ein Konto erstellen, ohne Bezahlinformationen anzugeben. Dann klickst du einfach auf Learn More und schon hast du eine lange Anleitung oder eine sehr nützliche Anleitung von Apple selbst, ja? Und hier steht alles erklärt, ja? Auch je nachdem, was du benutzt, ja? Auf dem iPhone, iPod, iPad Touch, on Mac or PC, ja? Hier ist alles erklärt. So, und... So, das heißt, hier steht, wie du es mit dem iPhone machst. Hier steht, wie du es mit dem Desktop-Computer machst, ja? Also klickst diesen Link und dann View in iTunes oder wie ich dir gezeigt habe, ja? Du suchst einfach in diesem Feld auf, nach Authentic German Learning und ist ganz wichtig, ganz wichtig ist, dass du hier auf Store gehst, ja? Hier auf Store und hier steht Podcast, ja? Ganz wichtig, hier steht Store, hier steht Podcast, ja? und so kannst du den Authentic German Learning Podcast abonnieren und bewerten und genau, gib mir bitte fünf Sterne. Ich hoffe, ich habe es mir verdient und ja, und dann werden andere Leute auch den Podcast finden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn du Fragen hast, sag Bescheid, ja? Ich habe extra diese lange Anleitung für dich gemacht, dass es wirklich super, super, super einfach ist und ich denke, es sollte nicht so schwer sein, aber die Technik ist manchmal gegen uns und manche Leute hatten Probleme. Deswegen habe ich diese Anleitung für dich gemacht und hier siehst du, wie du den Podcast rezensieren kannst und wenn du dabei bist, ihn zu rezensieren, dann kannst du ihn natürlich auch gleich abonnieren, ja? Und wie gesagt, du gehst einfach auf meine Webseite AuthenticGermanLearning.com klickst auf Podcast dann klickst du auf How to Write a Review und schon kannst du lesen, wie du den Podcast rezensieren kannst, ja? Vielen Dank im Voraus und wir sehen uns später. Tschüss!